Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüsse Sie zu dieser Vorschau auf die neue Weltwoche E-Paper-Ausgabe für Deutschland vom Samstag, dem 13. April 2024. Mehr Demokratie wagen, mehr Schweiz wagen, das ist ja mein Motto für die Bundesrepublik und deshalb hier auch der symbolträchtige Hintergrund, die Wiege der Eidgenossenschaft, eine Nachbildung jenes wunderschönen Panorama-Gemäldes, das man bewundern kann. In der Originalfassung im Bundeshaus zu Bern, das ist die Gewaltskulisse des vier Waldstädtersees mit der Rüttliwiese und den Bergen, den schroffen Spitzen, an denen sich so viele Tyrannen und Potentaten die Zähne ausgebissen haben, das mythen-durchtränkte Gründungsgelände unserer Eidgenossenschaft, unserer Alpendemokratie oder müsste ich sagen Alpenanarchie, denn die Schweiz ist vor allem die bestorganisierte Anarchie des Abendlandes. Und wenn wir vom Vierwaldstädtersee, von der Rüttliwiese sprechen, von den Ureidgenossen Uri Schwietz und Unterwalden, dann darf natürlich Wilhelm Tell, der Sagenheld, nicht fehlen mit der Armbrust und seinem Walterli, der Mann, der dem fremden Vogt Gessler in Habsburgs Diensten den Garaus gemacht hat, unsterblich festgehalten vom deutschen Nationaldichter Friedrich Schiller. Er hat das in Worte gegossen, in eine Sprache, in eine Poesie gekleidet, die auch den Schweizern erst so richtig bewusst machte, wer sie eigentlich sind. Sie sehen also, auch Deutsche haben sich gelegentlich in schweizerische Belange eingemischt. Deshalb ist es doch auch einmal umgekehrt legitim, wenn sich ein Schweizer wie ich mit deutschen Fragen befasst. Eine wirklich bleibende, eine Ewigkeitshymne auf die Schweiz, auf die Freiheit von Friedrich Schiller. Wilhelm Tell hier die Figur im Hintergrund aus Bronze. Aber auf der Gegenseite ein Gegenstück zu Wilhelm Tell gewissermassen, aber auch prägend für das Werden und Wirken der Schweiz. Napoleon Bonaparte hoch zu Ross beim Ritt über die Schweizer Alpenpässe, der noch junge Ampereur am Anfang seiner stratosphärischen Laufbahn. Die Franzosen haben ja mit ihren Revolutionstruppen, mit Napoleon, die Schweiz erobert. Er hat versucht, die Schweiz einzugliedern in seine Neuauflage des römischen Imperiums, im Zeichen des römischen Feldadlers auch. Aber auch Napoleon ist gescheitert. Die widerspenstigen Eidgenossen haben sich nicht einklinken, eintopfen lassen in sein zentralistisches Gebilde. Und wenn man die Geschichte da studiert, wie die Franzosen, wie die Napoleon-Franzosen versucht haben, die Schweiz sich da unterzujubeln, dann fühlt man sich erinnert etwas auch an die Diskussionen, die es heute gibt zwischen der EU und der Schweiz. Es zeigten sich nämlich schon damals institutionelle Unverträglichkeiten. Die Schweiz nämlich ist von unten nach oben aufgebaut und nicht von oben nach unten. Und das Frankreich-Napoleons war sozusagen der Inbegriff eines zentralistischen, von oben nach unten gebauten Staates. Und die Europäische Union ist es eben auch noch. Und deshalb ist die Tatsache, dass die Schweiz da nicht dabei ist, im Grunde auch für die Europäer, für die EU-Europäer, denn wir sind ja auch Europäer, für die EU-Europäer ein Zeichen dafür, dass etwas nicht stimmen kann, dass eben der Demokratie- und Freiheitsgehalt dieses EU-Gebildes nicht so strahlend und gross ist, wie man das in den EU-Sonntagsreden so gerne rhetorisch beschwört. Da gibt es eben Demokratiedefizite und die Schweiz als besonders demokratisches Land, wobei ich uns da nicht auf ein Podest stellen möchte, die Schweiz als besonders demokratisches Land empfindet das natürlich. Wenn du von unten nach oben gebaut bist, hast du eben Mühe, wenn dir von oben etwas aufgestülpt werden soll. Das ist im Verlauf der Geschichte der Grundkonflikt, nichts Neues unter der Sonne. Schon der Wilhelm Tell hat sich gegen die fremden Vögte gewehrt. Napoleon war einer und der musste ja dann 1803 mit der Mediationsakte sich gleichsam wieder etwas aus dem Staub machen, hat die Schweiz dann stärker sich selber überlassen. Allerdings nicht ohne vorher den Berner Staatsschatz und die zwei Bären aus dem Bärengraben nach Paris zu schleppen. Das Geld, das er der Schweiz damals geraubt hat, Bern übrigens als ehemalige europäische Militärgross macht, unglaublich reich. Das Geld wurde dann verlocht und verpulvert im Russland-Feldzug. Da war es dann dahin mit der ganzen Herrlichkeit. Aber das hier sozusagen eine Nachempfindung der schweizerischen Geschichte und mit dem pädagogischen Auftrag, mit der pädagogischen Absicht ins Bild gerückt, in Deutschland immer etwas Sympathie zu schaffen, aber vielleicht auch etwas Inspirationen zu liefern. Mehr Schweiz wagen, mehr Freiheit, mehr Demokratie. Und ja, in kriegerischen Zeiten auch mehr Neutralität wagen. Das neue E-Paper, die neue Ausgabe, da geht es auch um die Demokratie, es geht um die Diskussionskultur, redet mit allen Aufhören, mit Cancel Culture und Ausgrenzungsfimmel, mit Kontaktverboten. Das grassiert ja geradezu in Deutschland. Da ist die Bundesrepublik dabei, sich aufzuspalten, sich aufzusplittern, die verschiedenen Milieus in Gesinnungsgemeinschaften, in Stammesgemeinschaften, Gleichgesinnter, man redet nicht mehr miteinander, man belauert, man beobachtet sich. Ah, an welcher Party war der jetzt? Ist ja völlig verrückt. Jetzt müssen sich in deutschen Zeitungen schon Politiker rechtfertigen dafür, dass sie mutmasslich am Geburtstagsfest des früheren deutschen Kanzlers Schröder dabei sind. Ich habe gerade gelesen in der Bild-Zeitung, Wolfgang Kubicki von der FDP, warum ich am Geburtstag des Kanzlers teilnehme, obwohl ich natürlich seine Russland-Positionen überhaupt nicht teile, aber trotzdem Chapeau, Wolfgang Kubicki, er geht dort hin, er nimmt an dieser Geburtstagsfeierlichkeit teil. Ich wäre auch gegangen, wenn ich Zeit gehabt hätte, allerdings bin ich dann mit der Familie in Vietnam. Ist ja ein Privileg, wenn man solche Persönlichkeiten treffen kann, und Bundeskanzler, Altbundeskanzler Gerhard Schröder, ist ja eine der überragenden Gestalten der jüngeren deutschen Geschichte. Ich meine, seine Agenda-Politik müsste den Deutschen grösste Dankbarkeit abverlangen, aber in der Demokratie ist es nicht so weit her mit der Dankbarkeit. Man hat es ja auch gesehen bei Helmut Kohl, den haben sie ja sehr eiskalt aufs Abstellgleis gesetzt damals. Da ging es ja um Spendenthemen, um Geheimspenden in der Phase seiner Kanzlerschaft mit der CDU, CSU. Also vielleicht auch ein nicht so schlechtes Zeichen letztlich, wenn man da das Positive auch sehen will. Die deutsche Demokratie insofern demokratisch vital, als man nicht dazu neigt, bestimmte Politiker zu verherrlichen. Und wenn es dann fertig ist, ja, das gibt es halt oft in der Demokratie, dann wird man plötzlich da etwas in den Schatten gerückt. Nehmen Sie auch einen Winston Churchill, der ist ja gleich kurz nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs, den er ja gewonnen hat, abgewählt worden. Also diese Schonungslosigkeit, die sehen wir nicht nur in Deutschland, die sieht man auch anderswo. Aber eben das Thema ist die Cancel Culture, ist die Ausgrenzung, ist die Tatsache, dass man nicht miteinander redet. Und wir rufen in Erinnerung, dass eben das Wesen der Demokratie darin besteht, dass alle miteinander, alle mit allen über alles reden sollen. Das ist ja auch die Stärke, das ist das Wesen der Demokratie, das macht sie stärker als die Despotie, wo eben einer oder eine kleine Gruppe den Takt vorgibt. Das allerdings sind Tendenzen, die man jetzt auch in der Bundesrepublik beobachten kann. Auch rechtlich, dass da versucht wird, die Meinungsfreiheit einzuschränken. Ich bleibe da immer zuversichtlich, ich glaube, jetzt übertreiben es die Regierenden, es übertreiben die Behörden und das wird Widerstand hervorkitzelt. Ausserdem eine gute Nachricht, ebenfalls bravo an die Kollegen der Welt, die das Fernsehduell veranstaltet haben zwischen Björn Höcke und Mario Vogt aus Thüringen, dem AfD und dem CDU-Vertreter. Das ist Demokratie, da hat man ja auch ein Riesentheater gemacht, ob das überhaupt zulässig sei. Was hat man da für Vorstellungen? Will man denn eine Partei, die in Landtagen, im Bundestag, auch schon in einzelnen Exekutivpositionen vertreten ist, eine Oppositionspartei, die ein Programm vertritt mit mehr direkter Demokratie, die sich kritisch gegenüber der Migrationsmisere hier ausspricht, möchte man die denn tatsächlich aussperren, gewissermassen im Tal der Aussätzigen, sozusagen in Isolationsquarantäne stellen. Das sind ja verrückte Tendenzen, die zeigen immer auch, dass Deutschland ja irgendwo noch eine junge Demokratie ist, da haben vor allem auch Journalisten noch einen gewissen Nachholbedarf, die brauchen Demokratienachhilfe. Natürlich muss man miteinander reden. Und gut, dass die Welt, die ja nun wirklich nicht im Ruf steht, da übertriebene Sympathien zu hegen für die AfD, dass die sich jetzt da zur Verfügung gestellt haben, um dieses Duell zu veranstalten. Ich habe es mir angeschaut, als ich in Genf war, es war eine interessante, eine muntere Diskussion, am Anfang auch sehr professionell geführt, aber mit zunehmender Dauer ist es etwas entgleist, sind dann auch die Moderatoren immer einseitiger geworden, denn auch Eitler haben sie sich da selber eingebracht. Vielleicht glaubten sie, sie müssen sich da auch explizit distanzieren, weil da immer ein grosser Druck besteht. Auf jeden Fall war dann am Schluss die Konstellation 3 gegen Björn Höcke. Und das ist dann natürlich immer für den Underdog, für den David eine willkommene Sache, wenn man dann die Lesereaktionen, auch die Zuschauer, die Zuschriften sich da etwas näher angeschaut hat, dann waren viele auf der Seite von Höcke und sie fanden, dass es einfach unfair ist, wenn alle auf einen losgehen. Ich glaube, auch der CDU-Mann hat sich gut geschlagen. Beide konnten punkten, beide sind phasenweise ins Schleudern geraten. Mit zunehmender Dauer konnte sich der CDU-Mann dann allerdings etwas lächelnd zurücklehnen, weil eben alle sich da an Höcke festgebissen haben und versucht haben, da mit Nazikeulen aller Art ihn da in die Bredouille zu bringen. Und mit Verblüffung haben dann jetzt auch am Samstag noch die Medien festgestellt, ja, diese Höcke ist ja gar nicht so unbedingt jener Vermonsterung entsprechend, die sie selber betrieben haben, die Journalisten. Also man gibt sich dann immer ganz erstaunt und verwundert und überrascht, wenn eine Wirklichkeit, eine Person sich als nicht so schlimm herausstellt in der Praxis, wie man selber vorher immer behauptet hat. Aber wir wollen uns hier jetzt nicht sozusagen rückwirkend lustig machen über die Kollegen. Ist auch ein gutes Zeichen, dass hier eine gewisse Entzauberung stattgefunden hat. Das ist die Schlagzeile der FAZ. Sie hat festgehalten, Höcke habe sich da entzaubert. Ja, das stimmt. Er hat sich insofern entzaubert, als nun viele Leute realisiert haben dürften, mein Gott, das ist ja ein, ja, ein Politiker wie andere Politiker. Auch gewisse seiner Positionen oder Ausdrucksweisen, die passen mir nicht so. Aber das, was man aus diesem Politiker da machen wollte, das stimmt ja überhaupt nicht. Und er hat sich da, das ist mein Eindruck, ja, als liberal-konservativer Patriot in Szene zu setzen versucht. Auch als einer, der da nicht mit, ja, mit Stechschritt-artiger Härte in allen Debatten-Situationen sich da gemetzget hat, wie wir in der Schweiz sagen, geschlagen hat, sondern einer, der auch Unsicherheiten durchblicken liess. Und das macht ja einen Politiker, vor allem, wenn er so dargestellt wird, wie ein Björn Höcke, auch ein bisschen wieder sympathisch. Also dieser Beitrag könnte vielleicht ein Schritt zur Entkrampfung sein, zu einem Ende auch der Brandmauern, so hat es ein Kollege von mir interpretiert. Mal sehen, ob das das schon eingeleitet hat. Auf jeden Fall wäre das wünschbar, dass man sich hier miteinander unterhält. Und man hat gesehen, es ist ja auch ein Publikumserfolg. Das heisst, die Deutschen finden das selber interessant, wenn man hier offene Diskussionen im Fernsehen zulässt. Das ist ja viel besser, als wenn das alles so einseitig bleibt und wenn sich da alle radikalisieren in ihren Echokammern. Das ist übrigens auch ein Nebenprodukt, wenn man nicht mehr miteinander redet. Eine Nebenwirkung, dass dann eben die Echokammern zu einer Radikalisierung, zu einer Versteinerung und Vereisung und Vergletscherung der entsprechenden Milieus beitragen. Das hat nichts mehr mit Demokratie zu tun. Grosses Interview mit Peter Hane. Roman Zeller hat den Bestseller-Auto Publizisten und Kommentator getroffen. Ein Gespräch zur Lage der Zeit, zur Lage der Welt, zur Lage Deutschlands. Und es ist beeindruckend, wie Peter Hane da einen Bestseller nach dem anderen herausstemmt. Ein grosses Gespräch mit diesem früheren Moderator und Fernsehmann des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Erwähnenswert neben vielem anderen eine Würdigung von Botswana, das afrikanische Land in vielerlei Hinsicht, ein beeindruckender Staat. Der Präsident ist ja kürzlich hervorgetreten mit Kritik an der deutschen Migrationspolitik. Und wir haben auch eine Stellungnahme, eine sehr provokative Stellungnahme des französischen Philosophen Michel Onfray zum Gaza-Konflikt, zum Gaza-Krieg. Er sagt, nicht Israel begehe hier einen Genozid, weiss diesen Vorwurf aufs Entschiedenste zurück, sondern wenn schon, müsste man die Hamas anklagen, die durch ihren Terrorismus und durch ihre Unterkellerung und Tunnelbau und ihre Militärstützpunkte ganz gezielt in Wohngebieten die Aufopferung, die Tötung der Palästinenser in Kauf nimmt beziehungsweise heraufbeschwört. Ein Gegenakzent. Ich persönlich finde, dass der Genozidvorwurf heute inflationär verwendet wird. Man hat ihn gleichgebracht, als die Russen einmarschiert sind in der Ukraine. Man bringt ihn jetzt gegen Israel. Das empfinde ich als besonders stossend vor dem Hintergrund der Geschichte. Und was nicht heisst, dass man die Art und Weise der Kriegsführung als glücklich erachtet. Die verteidige ich hier nicht. Die rechtfertige ich nicht. Allerdings macht man es sich zu einfach, wenn man hier einfach eine ganz digitale Schwarz-Weiss-Sicht bringt. Im neuen Economist übrigens eine sehr differenzierte Darstellung des Kriegsgeschehens in Gaza. Da sind auch namhafte israelische Offiziere, ehemalige und aktuelle, interviewt worden, die auch zeigen, wo Probleme liegen, warum es so viele zivile Opfer gibt. Das hat natürlich mit dem Charakter der Hamas und ihrer Stützpunkte zu tun, mit diesen Kellern. Da darf man sich auch mal die Frage stellen, warum hat eigentlich die Hamas nicht dafür gesorgt, dass all diese Entwicklungshilfe-Milliarden in die Wirtschaft, in die Bildung, in die Infrastruktur investiert worden sind, sondern eben in Tunnels, unter Wohngebieten, unter Spitälern und Schulen. Also die internen Strukturen in der israelischen Armee, gemäss Economist, auch verantwortlich dafür, dass es mehr Opfer gibt, als unbedingt nötig. Und zweitens, ebenfalls brisant, da sind ja Meldungen gekommen, dass die Israeli mit künstlicher Intelligenz jetzt da bestimmte Bombenabschüsse steuern würden, mit nur noch sehr flüchtiger, menschlicher Übersicht. Dem allerdings widersprechen die israelischen Kriegsführenden. Ausserdem darf man nicht vergessen, dass die Israeli die Palästinenser warnen, die Zivilisten, bevor sie bestimmte Gebiete angreifen. Auch das widerspricht da diesen klirrenden und gleissenden, vernichtenden Kommentaren, die jetzt gelegentlich zu lesen sind. Aber eben, es ist ein Krieg, der natürlich die Menschen aufwühlt und der eben dazu führt, und das war wohl auch das Kalkül der Hamas, dass sich da Israel mit dieser unvermeidlichen Abschreckungskriegsanstrengung, mit diesem Abschreckungsmanöver, das jetzt auch stattfindet. Es geht natürlich auch darum, hier diesen Terrorismus nicht nur zu entwaffnen und zu zerstören, sondern eben auch für die Zukunft zu schauen, dass so etwas nicht mehr möglich ist. Die haben das natürlich in Kauf genommen, die Hamas. Sie haben es geradezu eraufbeschworen, dass eben solche Bilder jetzt entstehen, um Israel in Misskredit zu bringen. Umso wichtiger ist es, dass man da mit kühlem Kopf und balanciertem Urteilsvermögen das Geschehen im Blick zu behalten versucht. Und Balance, Mitte und Mass, das ist ja auch eine hoffentlich Tugend der schweizerischen Eidgenossenschaft, die wir hier wunderbar müde durchtränkt, geradezu als Hintergrund ins Bild rücken. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Das war es für heute. Geniessen Sie die Weltwoche. Ich wünsche Ihnen viele interessante Minuten und Stunden der Lektüre. Sehr unkonventionell. Keine Meinungseinfalt, keine Unité de Doctrine, kein redaktioneller Konsens, sondern Meinungsvielfalt. Das ist die Demokratie, das ist die Freiheit, das ist die Schweiz. Und es wäre schön, wenn auch Europa, das EU-Europa, sich wieder etwas mehr Vielfalt erlauben würde. Machen Sie es gut. Bis bald. Ich freue mich. Aufs Wiedersehen. Ich freue mich.